In dem heutigen Video geht es darum, dass ich hier den Florenz besucht habe. Sein YouTube-Kanal heißt MeinCosaMoiFlorenz. Und wir haben uns hier heute zusammengefunden, um mal über die ein, zwei Sachen hier zu sprechen. Hauptsächlich über CosaMoi und über Florenz. So, herzlich willkommen, lieber Florenz. Dankeschön, hallo, liebe Zuschauer. Hallo. Und ja, was eigentlich mich interessieren würde oder vielleicht die Zuschauer interessieren würde, ist das Leben hier auf CosaMoi ist ja eine wunderschöne Insel. Und wie gefällt es dir generell, hier zu leben, zu wohnen? Ja, also mittlerweile wohne ich fast elf Jahre hier auf CosaMoi. Ich war 2013 das erste Mal hier und habe erst mal gecheckt, ob das die richtige Insel ist. Nein, 2009 war ich das erste Mal hier und habe mich sofort in diese Insel verliebt. Ja. Weil sie so noch ein bisschen urtümisch geblieben ist. Mit den ganzen Stränden ringsherum. Das Klima ist sehr angenehm hier auf CosaMoi. Wir haben also eine Durchschnittstemperatur von 29 Grad bis 30 Grad. Im Winter haben wir mal richtig kalt, dann wird es 25 Grad. Ja, sehr kalt. Aber so nach einem Jahr kann man sich daran gewöhnen und dann ist es schon sehr angenehm. Also ich bin ein Insulaner geworden. Ich bin ja gar nicht weg von der Insel. Ja, okay, okay. Also du hast nie auch in einem anderen Ort von Thailand gelebt oder gleich? Ja, gelebt. Beim Auswandern hierher? Wenn man das nicht, zwei Monate sind wir natürlich weg in der Regenzeit. Das ist ja, fängt so Mitte November an bis Mitte Februar und die letzten Jahre haben wir uns den Luxus dann geleistet, dass wir dann zwei, zweieinhalb Monate weg sind. Und habe dann sehr wohl schon andere Orte, Inseln kennengelernt. Letztes Jahr waren wir auf Koh Chang einen Monat. Das wäre vielleicht noch eine Alternative für diejenigen, die auch auswandern wollen. Ja. Aber ansonsten CosaMoi, ich habe hier alles. Vor allen Dingen Baumärkte haben wir hier haufenweise. Diejenigen, die meinen Kanal vielleicht kennen. Also ich liebe es ja zu basteln. Und dann braucht man auch das dementsprechende Equipment dazu. Und das bekommt man hier alles. Ja, 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 genau. Ja, wer den Kanal von Florenz kennt, der weiß natürlich, dass er hier immer auf seinem Grundstück was zu tun hat oder was zu bauen hat. Da sind natürlich die Baumärkte mit am wichtigsten. Ja, aber generell, du hast jetzt ja vom Wetter gesprochen und von der Insel an sich. Aber was gefällt dir jetzt vielleicht am besten davon? Ist es alles zusammen oder ist es vielleicht eher der Strand oder vielleicht die Infrastruktur, die Leute? Du hast ja jetzt hier mein Haus kennengelernt. Wir sind also jetzt unmittelbar hier am Strand. Den kann man erahnen. Es ist ja gerade eine Gewitterwolke hier rübergekommen und er hängt noch hier. Wir haben also nur ein paar hundert Meter entfernt. Einer der schönsten Strände, muss ich sagen, hier auf Koh Samui, der noch naturbelassen ist. Und das ist natürlich wunderbar, mit dem Hund da unten spazieren zu gehen. Die Nähe zum Meer bringt es. Wir leben praktisch die meiste Zeit außerhalb vom Haus hier. Und das, wenn ich das genieße. Wenn ich also zurückdenke nach Deutschland, da hat man es wunderbar innen drin, weil draußen das Wetter schlecht ist. Und hier ist es genau umgekehrt. Wir machen hier außen sehr viel. Und das ist es also der Lebensstil hier. Ja, die meiste Zeit, oder das Leben findet hier hauptsächlich draußen statt eben. Das ist ja im wenigsten eben im Haus, zum Schlafen dann eben. Das ist so. Und aufgrund von deinen Kochstudio-Videos, wo wir uns ja jetzt hier befinden, wird auch teilweise oder größtenteils auch von den Leuten draußen gekocht. Nicht nur von Florenz. Und ja, das macht eben das Leben wahrscheinlich hier aus. Oder in Thailand generell ist das Versuch. Ja, also wir stehen jetzt wirklich eher buchstäblich im Kochstudio. Jetzt kommt gerade eine starke Brise hier rüber. Ja, wir leben draußen. Ja, genau. Und was vielleicht den einen oder anderen noch interessieren dürfte, Florenz, was hat dich dazu bewegt, damals Deutschland zu verlassen? Also ich habe Deutschland schon mit dem Gedanken, wie ich 25 war, zu verlassen, weil das Wetter so schlecht war. Das ging gar nicht um Politik. Heute hat sich das ja ein bisschen geändert. Nein, ein halbes Jahr ist ja in Deutschland schlechtes Wetter, muss man ja sagen. Und das war damals ein Ausschlag, mal im Atlas zu gucken, wo könnte es besser sein von den Temperaturen. Und tatsächlich habe ich das dann umgesetzt mit 44, bin ich in Australien ausgewandert, richtig mit allem, ganzes Haus eingepackt, mit Familie. Und da waren wir dann zweieinhalb Jahre und da aus sozialen Bekosten sind wir dann wieder zurückgekommen. Und da habe ich mir gedacht, da hat man das erste Mal über den Tellerrand geguckt. War was anderes von gesehen, nicht nur Deutschland? Und dass es auch klappt, wenn man auswandert, das ist ja auch, und die innere Einstellung dazu. Da habe ich dann immer gesagt, wenn ich Rentner bin, also das Geld immer automatisch auf dem Konto kommt, man braucht nicht dafür zu arbeiten, dann will ich wieder weg. Und das habe ich dann auch verwirklicht, 2013 Wetter. Heute ist es ja so, dass ich also zweimal in der Woche hier Zuschauer bei mir sitzen habe, wo wir Kaffee trinken. Und dann wird überwiegend über die Politik in Europa, vor allen Dingen natürlich in Deutschland geredet. Und die wollen alle weg, 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 wenn die Möglichkeit besteht. Und heute hat sich das Ganze verlagert. Andere sind aber auch aus gesundheitlichen Gründen hier, die also mit Muskulaturproblemen haben, Rheuma, die diese Wechselschwankungen, also die Schwankungen der Temperatur in Deutschland nicht körperlich vertragen können. Da hat man ja 15 Grad, ist ja locker jeden Tag dazwischen, haben wir auf Samui nicht. Das sind dann vielleicht zwei, drei Grad, die wir am Tag haben und dann kann der Körper das viel besser verkraften. Ja, das ist auch so eine Sache, die habe ich schon öfters gehört, nicht das erste Mal jetzt von dir. Auch durch die Wärme oder durch diese ständige Wärme, dass sich auch das Blut ein bisschen mehr verdünnt dadurch, dass besser wird oder für Leute, die Gicht haben, soll auch das Wetter oder die Wärme eben sehr, sehr gut sein. Dass dieses ständig oder dieses viele Kalte, was einen so klammert, das ist eben nicht hier so. Ich habe welche kennengelernt, die haben die Rente da drauf bekommen und haben natürlich viele Tabletten bekommen in Deutschland, sind nach hier gekommen und nach kurzer Zeit konnten sie die Tabletten absetzen und wieder normal leben. Ja, also viele Probleme erledigen sich fast von alleine von hier, ja? Ja, durch die Temperaturen und die Menschen sind hier sehr freundlich, offen, man kann hier vieles machen. Hier gibt es auch Gesetze, das was limitiert ist, aber hier, wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Ja. Und das stellt man hier sehr stark fest. Also, der liebe Nachbar, der ruft ja nicht sofort die Polizei an, das gibt es hier nicht. Ja, ja, das stimmt, das ist bei mir in Chiang Mai, ich bin ja aus Chiang Mai, wie ihr alle wisst, ist das eigentlich genauso. Also, man hat hier wesentlich mehr Freiheiten als in Deutschland, obwohl es eine Militärregierung eigentlich hier ist, aber, und wenn es, ja, oder wie du sagst eben, dass nicht jeder irgendwo gleich die Polizei anruft, wenn man vielleicht mal nicht was geradeaus macht, ne? Ja, das ist schön so, ja, das stimmt. Es ist immer so, hier gibt es ja in Thailand eine Helmpflicht, wo ja 500 Watt ja Strafe draufsteht. Ja. Man muss sich aber nicht wundern, dass der Polizist auf dem Moped an einem vorbeifährt und hat auch keinen Helm. Ja. Das Risiko liegt bei jedem selber. Wenn ich ohne Helm fahre und ich habe einen Unfall, bezahlt nicht die Versicherung. Ja. Dann hat man also wirklich ein Problem an der Backe. Man muss also das selber einschätzen, das Ganze. Und das bleibt bei einem. Ja, ja, das stimmt, ja. Ja, da hast du recht, genau. Also Thailand ist generell nicht so ein Nanny-Staat, sage ich mal in Anführungsstrichen, wie Deutschland jetzt, ne? Aber man hat hier eben sehr viel Selbstverantwortung, ne? Egal in welchem Bereich das eben ist, ne? Ein gutes Beispiel war ja eben mit der Helmpflicht zum Beispiel, ne? Klar, Sicherheit normalerweise geht vor, ganz klar, aber für die Leute, die sich entscheiden, eben ohne Helm auf einem Moped zu fahren, tragen dann natürlich auch das volle Risiko dafür, ne? Ja, das ist leider so, ja, genau. Florenz, ich habe in deinen Videos gesehen, dass du ein großer Fan von Drohnen bist oder das Drohnenfliegen bist. Kannst du vielleicht nochmal kurz für mich und die Zuschauer erklären, was hier vielleicht da angesetzlichen Vorschriften sind oder ob das vielleicht genauso locker gehandhabt wird, dass es nicht darauf ankommt? Oder gibt es da wirklich vielleicht irgendwelche Besonderheiten? Also hier in Thailand gibt es die Registrierungspflicht. Ja. Das ist CAAT in Bangkok, das ist die Luftfahrtbehörde. Da muss man seine Drohne registrieren lassen, da braucht man aber auch das Visum dazu. Ja. Man kann das also nur machen, wenn man hier ist. Und man muss eine Haftpflichtversicherung haben, die in Englisch ausgestellt ist, in Englisch. Ja. Und das reicht man dann ein. Und bei mir war das innerhalb von vier Tagen online. Dann hatte ich also die Registrierung. Ja. Dazu gibt es noch eine Registrierung der Frequenz. Das ist aber nicht so verbreitet. So viel ich weiß, muss man da auch, bei mir war das, 220 Kilometer auf dem Festland irgendwo in einem Büro. Ja. Und dann registrieren. Ich weiß nicht, ob es heute online geht. Das sind die zwei. Aber am wichtigsten ist also, wenn man hier vor allen Dingen im Hotelbereich fliegen möchte, bei CAAT die Registrierung zu haben, weil dann auch das Hotel weiß, dass die Drohne versichert ist. Darum geht es. So, zum Freifliegen hier ringsherum. Ich bin, glaube ich, nur ein oder zweimal gefragt worden in meinem ganzen Leben. Ich habe tausende von Kilometern abgeflogen mit meiner Drohne. Drohnen. Drohnen, mehrere, ja. Ja. Und da sagt auch keiner was. Wenn einer was sagt, muss ich leider sagen, das sind es dann immer die Deutschen. Hast du mich gefilmt gerade? Nein, ich habe sie nicht gefilmt. Ich werde sie auch nicht im Film zeigen, auch wenn sie da erscheinen sollten. Ansonsten die Tais, die kommen zu einem. Lass mal gucken. Die möchten sehen, wie das da aussieht auf dem Display. Was da gerade filmen. Die sind da richtig offen. Ja, okay. Da hat man also hier auch keine Schwierigkeiten. Auch die Polizei hat mich noch nie gefragt. Auch das Militär. Ja. Keine Probleme. Also hier hat man also, wenn man eine DJI hat, ist man ja sowieso eingeschränkt. Wie bei uns hier auf der Insel haben wir ja einen Flugplatz. Und dann kommt ja von DJI ja um den Flughafen eine Sicherheitszone. Einmal eine blaue und einmal eine rote. Und da muss man eben halt anfragen bei der blauen. Und dann wird man auch registriert. Und alle Flugdaten werden aufgezeichnet von DJI, wenn da was passieren sollte. Ja. Damit die Polizei darauf zugreifen kann. In die rote Zone kann man sowieso nicht starten. Ach so, die startet dann gar nicht in so einer roten Zone. Auch in der blauen Zone starten die Motoren nicht. Also braucht ihr euch gar nicht so wundern, wenn auch nach Zambul kommt. Hier im Big C, da glaubt man gar nicht, ist einige Kilometer entfernt. Man will die Drohne starten. Und dann kommt dann NFT, glaube ich, kommt in der Zone. Dann starten die Motoren auch gar nicht. Dann hat man aber sehr wohl die Möglichkeit, darüber die Anfrage zu starten. Man muss die Telefonnummer dann hinterlegen. Und dann bekommt man eine Nummer und dann wird auch die Drohne registriert. Die muss dann frei, die ID innen drin freigeschaltet sein. Dann werden alle Flugdaten von DJI aufgezeichnet. Aha, okay. Nicht die Polizei, die macht das nicht. DJI zeichnet die Flugdaten auf. Aha, okay. Ja, ist da natürlich eine wichtige Information. Also kann da eigentlich dann auch erstmal nichts schief gehen oder dass man mit dem Gesetz hier in Konflikt kommt. Frage jetzt zum Abschluss dazu nochmal. Bei der CEAAT oder bei dieser Behörde, wo die Frequenz von der Drohne registriert werden muss, ist das kostenpflichtig? Nein. Kostet beides nichts, ja? Ja, man füllt einfach die Papiere aus und schickt sie dahin oder online, je nachdem. Und online, man braucht auch keinen Flugschein haben wie in Deutschland. Da muss man ja so einen Flugschein theoretisch machen, was eigentlich Blödsinn ist. Es kommt ja darauf an, dass man auch fliegen kann vernünftige, das ist das Wichtigste eigentlich. Den Drohnenführerschein heißt das, glaube ich, in Deutschland. Den Drohnenführerschein, ja, genau. Ja, okay. Braut man hier nicht. Gut, wunderbar. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank, Florenz, für das Interview. Gerne. War sehr interessant heute. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Abo und ein Like da. Und schreibt vielleicht mal in die Kommentare, was ihr vielleicht schon für Erfahrungen hier in Koh Samui gemacht habt. Von der Insel her, vom Urlaub her oder eben auch über das Thema Drohne. Das würde mich mal interessieren. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao. Okay, tschüss. Tschüss.